hallo und willkommen zurück bei seven days zu sieben zwerge ja genau ja ich habe ein bisschen aufnahmepause gemacht damit er jetzt nicht die ganze zeit beim bohren mit zuschauen ist und 2.000 fluss Prozent in 6 2er sind jetzt drin 800 habe ich schon gebaut also eigentlich haben wir schon mal mehr als genug es sind jetzt zweieinhalb tausend neun Millimeter im fluss sein gleich kommt sie auch runter ich hab keinen bock wieder die ganzen kratzer um aus der hand zu haben und jetzt nein muss ich jetzt so rum reiten? nein mach ich aber nicht so ist viel besser so süße hast du sie denn schon probiert? boah ich bin mir sicher dass sie ein süßes ne? du weißt dir gleich wieder nicht? hm das hat sie noch nie gemacht hehehe ich will zu dir verfallen ich weiß ich kann sie nicht mehr loslassen und sie die ganze Zeit nur zugekappen damit die geht gleich wieder auf die Tastatur die geht gleich wieder auf die Tastatur lange kannst sie nicht mehr halten ja dann tue sie doch weg ich kann sie nicht oh jetzt muss mein arm voll Sand ja ich weiß nicht genau voller Sand wie du siehst ja jetzt wieder ein krach viel Spaß am putzen stimmt doch oder? ja ja ich bin nicht voll Sand dick ich bin nicht voll Sand dick verstehst du voll Sand dick? ja ja verstehe ich total das ist Blei oh ne jetzt ist hier so ne Wanderhorde vor für Geschossspitzen ja Geschossspitzen Geschossspitzen ja es ist das ist alles das ist Oh, letzte Portion Sprit. Was auch Null ist. Dann kann ich sprühen mit meinem Fahrzeug, dann kann er laufen. 30? Das dauert doch nur. So, zu Ende hat es sich gebohrt. Der Bohrer ist genau pünktlich auch noch mal kaputt gegangen. So, ich habe jetzt 1, 2, 3, 4 Stacks Eisen, plus 1657 Einheiten, 1 Stack Blei, 4x Silber, 3x Gold, 3x Diamanten und 884 Einheiten Nitrat. Gibt es in den Höhlen? Und ich weiß nicht, wo ich bin. Ah, ich glaube, hier geht es raus. Die Höhlen von den sieben Zwergen? Ja, genau. Oh Gott, ich hoffe, man findet den Weg nicht immer raus. Ein Untergang. Wie der Untergang? Doch, ich glaube auch. Da muss ich hoch. Aber wie? Ach, ich habe für solche Fälle immer ein paar Kästchen dabei. Okay. Wo ist mal die Spitzhacke? Spitzhacke? Ja, die Spitzhacke. Spitzhacke? Ich muss jetzt immer an die Flasche reden, dann hörst du es. Spitzhacke? Weißt du? Ist ja lauter. Viel lauter. Da oben? Ja, ich arbeite mich jetzt raus. Da oben. Da oben muss ich hoch, ja. Ich würde zumindest die Vögel zwitschern. Also es scheint der Weg raus zu sein. Warte. Jetzt bin ich wieder runtergefallen. Super. Was ist, wenn man blind bohrt? Super. Aber das ist ja gerade die Herausforderung. Du kannst ja auch nicht anders bohren. Du brauchst einfach nur ein Tagebohr machen, so wie ich das mache. Ich muss bei Minecraft auch die Sachen wegmachen, dass ich da hochkomme. Bei Minecraft schützt aber nichts zusammen. Genau. Ist das quasi Minecraft? Minecraft ist so, doch. Minecraft ist auch so eine Art Zombies. Wenn man gefährlich geht, dann ist es auch so eine Art Zombies. Kann man mit vergleichen, ja. Große Höhle geworden. Wo bist du? Wo bist du? Ich hatte es damit ja nicht. Minecraft ist so das Anfangslevel von sowas. Das ist halt das Kinderniveau, ja. Richtig. Da müsste der Ausgang sein. Aber wie komm ich da hoch? Auch schon bemerkt. Da stirbt er hinter dem Kasten. Was? Wieso ist da kein Kasten hinter? Wie saß hier denn der Kasten da draußen gekommen? Hä? Kommt man doch gar nicht hoch. Boah, ist schon wieder runtergefallen. Dann trinke ich mir mal einen Schluck. Oh, was ist das? Was? Was du gerade getrunken hast. Wasser. Und was für Wasser? Tiefes Wasser. Kranenberger. Es gibt doch verschiedenes Wasser. Sprudelwasser, Wasser, normal? Wasser aus der... Aus der... Ganz normales... Ganz normales Wasser. Wasser aus der... Ganz normales Wasser. Ganz normales Wasser, Schatz. Okay. Sprudelwasser oder normales Wasser? Äh, normales. Ganz normales Wasser, frisch aus dem Fluss. Oh. Bär! Das ist nicht lustig. Ich komme aus der Mine raus und das ist ein Bär. Doch, das ist lustig. Er hat mich... Kann jetzt eine Fabrik nur machen oder... Er hat mich nicht gesehen. Aber ich bin ja weggefahren. Also von daher sieht er mich ja nicht als... Bedrohung. Genau, ist ein Corona-Bär. Original-Corona-Bär ist er. Das ist der Baum-Blau. Kann man nicht verstehen. Ja, ich hoffe so. Aber... Mir fehlt immer noch der Trader in einem zerstörten Biom. Mit deinen Tabletten, die ich immer beim Spiel nehme. Ist doch ein Blauer Baum. Ist der noch ein Blauer Baum? Ja, irgendwie... Backkater-Spiel. Backkater-Spiel. Da ist noch ein Blauer Baum. Wir haben es verstanden. 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 Nein, ich bin nicht müde. Doch, du bist müde. Du wirst nicht so viel reden. Ich werde dir jetzt vielleicht an einem Rettbogen nehmen. Das kannst du so nicht sagen. Das kannst du so nicht sagen. Du kannst nicht sagen, dass die müde ist. Guck mal, ich habe aufgeräumt. Mathis, der erste Teil der Tanzfläche ist fertig. Oh, cool. Hast du das schon gemacht? Cool. Das sieht ja richtig aus. Richtig bäuerlich. Wie gesagt, Material ist eigentlich genug da, um das alles zu machen. Ja, du bist doch meine Tochter. Da kommt das belgische Blut durch. Ich habe die doch einfach nur in der Reihe gesetzt. Ja, bäuerlich halb. Wir reden nicht von der Farben mit Tanzflächen. Cool, habt ihr das gefärbt? Ja, der Mathis hat das gefärbt. Cool. Hast du gehört, Mathis, du warst ein Fan. Hey, ich bin nicht, glaube ich, kein Fan. Ich bin so cool. Doch nicht. Doch kein Fan. Nein, nein. Fast-Fan. Nein, auch kein Fast-Fan. Ich bin gar kein Fan. Du willst mit Mathis gar nichts zu tun haben? Nein. Oh, besser ist das. Nein, hat er dich nicht, oder? Ich habe auch mal ein bisschen gekocht. Wir haben kein Essen. Ich weiß nicht, ob er sich gefreut hat. Hast du dich gefreut, weil du einen Fan hast? Nein. Nein. Siehst du, Mama? Alles gut. Du kannst das bitte heißen. Willst du einmal schmeißen anstatt daneben? Hihi. So. Was macht hier? Cheese Pulver? Läuft mal. Okay. Es schießt. Es schießt, genau. So, ich habe mal ein bisschen Eisen mitgebracht, aber das reicht natürlich noch nicht. Aber damit ist zumindest jetzt schon mal in jeder eine Portion drin. Und wo kommt der Staat noch rauf raus? Weil die laufen. Ja, dann ist der Papst noch nicht gewählt. Gewählt. Gewählt worden. Schmelzt auch gleich das Blei ein, das ich mitgebracht habe. Alles direkt voller Sand. Züßig. Ich habe das restliche Eisen in die Kiste, die übliche Kiste getan. Du hast doch auch bestimmt Lehm, oder? Ne, habe ich weggeschnissen. Also, in der einen Kiste ist mehr als genug Lehm drin. Ich brauche doch Lehm. Da ist doch Lehm drin hier in der Baustoffkiste. Ohne Ende. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Hast du die Gitter genommen, als Blöcke, oder? Ja. Habe ich jetzt noch 162 Stück. Haben wir keinen Nitrat mehr? Nee. Okay, dann... Ich gucke mal, ob ich noch was übrig lasse. Ist egal. War nur für das Beet. Aber das ist auch so groß genug. Nee, ich habe noch 876 Nitrat übrig. Ich mache es wieder in die Rohstoffkiste. Ja. Und ich habe gerade noch ein Steak Cheese Pulver angemacht. Ein Steak Cheese Pulver. Ein Steak, den einen Namen trägt. Papa? Ja? Sollen wir den Tunnel oben weitermachen? Ja, können wir auch machen. Breiter den einen da. Guck mich jetzt nicht mehr angucken, denn war ja... Nee. So, ich habe geboren in der Hand. So... Ach, ich habe keinen Sprit mitgenommen. Sekunde. Der erste Sprit wird wieder mitnehmen. Ich habe gerade so ein... So, wieder so ein bisschen zehntausend. Das reicht ja erstmal. Für eine Minute oder zwei. Habe ich auch. Ich bin wahrscheinlich der einzigste Handwerker weltweit, der während an der Treppe rauskommt. auf klettert seinen Erdbohrer mit Sprit füllen kann. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich könnte es mir vorstellen. Ich komme von einer anderen Seite, würde ich sagen. Dann treffen wir uns da Mitte. Wo machen wir den Breiter? Rechts oder links? Hier ist schon angefangen, also links. Okay, alles klar. Das heißt, du meinst rechts, ne? Ja, von dir aus gesehen rechts. Oder meinst du links? Papa. Nee, rechts. Hier fehlen übrigens auch noch Lampen im Tunnel, ne? Oh man, nicht. Was ist das, Sammo? Welchen Tunnel? Den Tunnel, den du gebaut hast. Hinter dem Bees. Der Anfang ist ausgeläuchtet. Ja, der Anfang. Der Anfang, aber nicht der komplette. Kommt Zeit, kommt Tat. Kommt Zeit, kommt dicht. Oh, wurde auch nicht ein einfacher Bord. Doch. Doch. Doch, da war ein Zauberer am Werk. Kann ich mir sagen. Mehr lieber. Ja, irgendetwas. Der Dirk, der Mattes, der Stefan, der Lea. Nein? Ich finde fünf Mann schon ganz ordentlich gut. Was? Das ist Mattes. Aber du kannst einfach lesen. Schatz, was steht das? Ich weiß nicht, wo man sich das sehen kann. Bubalito. Was? Das ist der Stefan. Ich! Eigentlich müsste man ja meinen, dass sie das mittlerweile wüsste, aber... Die Geschichte hat er mir schon mal erzählt, aber ehrlich gesagt, das glaube ich erzählt er viel besser, aber du kannst ihn ja nicht hören. Ey, ich erzähle es dir zu 100%ig falsch. Ich will es mir doch nicht. Kannst du besser sein lassen? Neides! Ja, tricked werden wir mal zurück ins South Korea üd. Secrets, wir stehen noch mal weiter. Eigentlich tiefer. Danke. Do Ents Kai. Ich glaube, das ist einfach Motivation einer Schreckröte. Deswegen werden die auch so ein. In so einen kleinen Schritt will die rein. Ja, manche wollen ihr Leben lang in den Schritt rein und kommen die rein. In so einen kleinen. So eine zweite Tanzfläche ist auch fertig. Hier ist Blei drin. Was in seinem Kopf oder? In dem Tunnel. Dann schmeißt Blei raus. Nervensäge. Nein, ich baue ihn noch breiter. Das ist Marco. Das ist zufällig auch Marco. Wo hast du da einen Sascha? Ja, Sascha ist Sascha. Mit Monkou ein. Monkou, das ist der Dennis. Echt müde, oder? Ja. So, ich hab jetzt die Frau. Das ist Thomas. Ich glaube, das ist ein bisschen lecker, ein Chili-Docs. Ja. Sehr schön. Dann müssen wir heute noch was mehr Chili-Dosen finden, da könnte man mehr machen. Eine habe ich dabei. Ja, ich hab alles, also den Dosen hab ich schon verbraucht. Chili-Dosen brauchen wir? Ja. Ja. Ah, ich hab sicher. Das fällt mir was ein. Aus dem Automaten-Docs. Ich wollte es ganz sagen. Kostet doch nur 60. Jetzt habe ich zwei Chili-Dosen. Du sagst, mach da rein, dann gucken wir mal weit. Äh, der Händler hat leider nichts. Das ist auch eine gute Idee, dann. Äh, ich will die Automaten-Docs. Der tut Massen. Also die Automaten sind auf jeden Fall billiger als Standardverfändler. Wie das übrigens. Also, ich weiß nicht, aber das Geld mangelt es wirklich. Aber wir sind ja mit einem unterwegs, der, äh, spart immer. Ja, ich weiß. Der ist anzuhören, das ist Kaufmann. Wo? Habe ich eben gehört. Wer ist ein Handelskaufmann? So? Nee, Industriekaufmann. Ja, ist quasi selber. Und Diplom-Gesetz. Verkappter Schwabe. Genau, ein verkappter Schwabe. Finde ich viel besser. Ja, es wird zumindest gerade. Sagte er und haute ein Loch in den Boden. Nicht im Ernst. Nein, 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 habe ich nicht gemacht. Das wird ein Scherz sein. Nein, 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 nein. Der Airdrop ist aber kacke. auf dem berg braucht das ist ein mythos all right er lesen und schreiben sauggang ja der sauggang heißt auch wirklich ein richtiges leben auch saug nein der heißt wenn es ist der flug hier ist aber ein loch im boden ich denke ich komme nicht mal besuchen oder und er hat sich das Gefühl ich komme schneller fahrrad Ja, aber das liegt nur daran, dass man hier keinen Schaden verursachen kann untereinander. Bin ich da sicher? Nein, nein, ich bin mir nicht sicher, Mathis, danke. Es sollte keine Einladung sein. So weit, ich bin da schön in Wiener oder bin da irgendetwas anderem was? Die Minen sind ja nicht mehr effektiv genug. Ja, weil die Masse hier übersieht. Ich habe genug andere Mittel. Also Regenwetter in Seven Days ist jetzt. Das stimmt. Das ist richtig deprimierend, ne? So, Rosenfotan. Die sind da drin. Rosenfotan. Boah, ich muss doch bald bei Alea sein. Hey, da kann doch nicht sein, dass der Tunnel so lang ist. Ja, er muss jetzt auch hochgehen. Doch, der ist übelstenslang. Du brauchst noch ein ganzes Stück. Okay. Ich bin gerade froh, dass ich gerade Richtung habe. Gerade Richtung. Ja. Meine. Ich bin gerade noch. Ja, die hat einen pinken Korboi. Ja, ich finde auch alle, ja, kein Lass, und dann ist er kein Korboi. Das Pferd fehlt auch. Ein Pferd fehlt auch. Definitiv. Das patchen wir mal rein. Du, Meister der Mods, Mathis. Gibt es keinen Pferdemod? Nein. Könntest du dich mal schlau machen, ob es einen Pferdemod gibt? Nein. Fertig. Pferd? Nein. Der Teufel. Ja, mal gucken. Also, wenn ihr von dem Pferd seht, dann ist er aber kein Teufel. Ja, aber Schätan ist ein anderes Wort für Teufel. Ich weiß, aber der ist gar kein Teufel. Ich weiß nicht. Ja, okay. Er ist doch gar nicht. Der Teufel ist vielleicht auch nicht immer rot, weiß man's? Vielleicht heißt der auch nur einfach Mathis. Nein. Nein. Genau, jetzt hat er gerade in seiner Teufelsstimme gesprochen. Was kriege ich denn hier? Aber nicht hinfallen dabei, wir haben schon gefallen was. Ja, ich weiß. Oh, wo ist die denn jetzt? Wo ist die? Lea. Ah, du. Juli. Ich habe nichts an meinen Füßen gestohlen. Mama, ist du die Basile? Okay. Bringst du mal in, was du lachen willst? Verpasst, Arm und so, alles, weil was langkriegt. Ich hätte ja nicht gedacht, dass ich so viel Sprit verbrauche, um für diesen Tunnel zu verbreiten. Ich habe jetzt 2.000 verbraucht. Also ich habe jetzt schon 3.000 verbraucht. Und ich muss ihn reparieren. Aber ich höre dich immerhin schon. Äh, ja, ich bohre gerade auch aus der Mitte heraus. Ich muss so meine Aufmerksamkeit verringern. Oh, ich bin aber fast durch. Ich bin sie die erste Lampe. Malamattes. 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 Äh, er ist hart aber nicht wild. Braun. Ja, ja, stimmt. Er ist braun, aber nicht wild. So was. Hallo, Lea. Ich bin durch. Oh, hier bist du aber auch fast durch. Ich bin durch. dann müssen wir jetzt nur die lücke hier füllen ich guck mal ob ich so durchgefahren kommt so ist stopfen ist drin ja was mein auto genommen ja mein link autodieb du bta spieler zwei alte autodiebe herr wo bin ich denn zwei personen man kann durchfahren aber ich glaube auf dauer wird dieser block da von meinem bitt naja kein bock nicht warum habe ich zwei hemmer es hat zwei als keine java gut haben wir das auch gebaut weil ich glaube wir brauchen noch deutlich mehr eisen ich gehe mir noch mal sprit holen ich komme und dann gehe ich noch mal eisen besorgen ja und ihr könnt jetzt einfach ausschalten genau einfach mal ausschalten wir wissen aus mit dem mit dem knopf an dem am rechner am besten direkt ganz ausmachen nicht irgendwie in anderen youtube kanal gucken und einfach ausmachen bis dann bis morgen tschüss so